Willkommen bei Splatoon S und heute dreht sich alles um Kleidung. Die Kleidung meine Freunde, ja wie sieht's da denn aus? Ich erzähle euch heute was die Kleidung bringt, warum die Marke wichtig ist, was die einzelnen Effekte sind und was die Kleidung eines S-Rangspieler vom normalen Spieler unterscheidet. Zuerst sei gesagt, dass die Kleidung deinen Spielstil verbessern kann, allerdings nicht entscheiden. Das heißt, ihr könnt nicht auf einen bestimmten Effekt gehen und damit dann denken, ihr gewinnt das Match locker. Dann gibt es auch noch unterschiedliche Effekte, unterschiedliche Arten und unterschiedliche Möglichkeiten, diese Effekte einzusetzen. Kommen wir zuerst mal zum Feld selbst. Jedes Kleidungsstück hat eine Marke, eine primäre Fähigkeit und drei kleine Fähigkeiten, die beliebig bestimmt werden. Die primäre Fähigkeit ist die große im ersten Feld und kann nie verändert werden. Die Fähigkeit ist immer die gleiche und es gibt ebenfalls hier auch noch Fähigkeiten, die nie durch Zufall gerollt werden. Das heißt, in jeder dieser Kategorien gibt es besondere Felder, die ihr nicht durch Zufall erhalten könnt und diese Felder gibt es auch nur bei einer Kategorie von Kleidungsstücke. Beim Schuh wäre das zum Beispiel... Ah, tut mir leid. Beim Schuh wäre das zum Beispiel der Bombenschnüffler oder hier die Tintentoleranz Plus. Beim Oberteil ist es das hier, Aufklärung und noch einige weitere, wo ich es jetzt nicht genau weiß, aber auf die Effekte solltet ihr prinzipiell nicht gehen. Ja, Ninja Squid noch. Diese sind auch permanent dabei. Die sind immer aktiv, je nachdem was sie halt für eine Aufgabe erfüllen. Und beim Hut haben wir noch die Startvorteile und die Endspurtfähigkeit sowie die Zähigkeit und weitere. Ihr findet das schon raus. Das ist nicht so leicht, das ist nicht so schwer halt rauszufinden. So, jetzt kommen wir mal zu den Basics. Also, unsere Inklings funktionieren nämlich nach einem bestimmten Prinzip. Und zwar bei jedem Start eines Matches. Da haben die Inklinge auf jeden ihrer Fähigkeiten, falls sie keine Effekte haben, 100 Punkte. Das gilt für das Leben, die Geschwindigkeit, die Stärke, die Defensive und weitere. So, mit Dank dieser Fähigkeiten können wir jetzt unseren Inkling auf verschiedenen Art und Weisen stärken, auf verschiedenen Ebenen. Hier sei aber gesagt, dass zum Beispiel Verteidigung und Stärke nicht bis zum Schluss pushen können. Das heißt, die Stärke eurer Waffe kann nicht verändert werden. Das sieht man zum Beispiel ganz gut, dass man mit einer Galon Punkt 96 immer zwei Schläge braucht, bis dass der Gegner down ist. Und ein Kleckser braucht zum Beispiel immer fünf Schläge, bis ein Gegner down ist. Das heißt, pusht eure Fäuste und Defensive nicht so stark. Ich habe in der Videobeschreibung eine Liste gepostet, wie die ganze Defensive auf die Waffe Auswirkungen hat. Das könnt ihr euch dann anschauen, wenn ihr überlegt, wirklich auf Angriff oder Defensive zu gehen. Allerdings rate ich euch das nicht an, weil es ist auch nicht die stärkste Fähigkeit des Spiels. Weil jede Fähigkeit hat auch noch einen einzelnen Effekt, um wie viel Prozent die Fähigkeit halt verbessert wird. Und da kommen wir gleich mal wieder zu den großen und kleinen Fähigkeiten. Dafür hole ich mir kurz das hier, den Hauptverbrauch. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, denn der Hauptverbrauch stärkt eine Fähigkeit um 25 Prozent. Das bedeutet, ihr habt einen Hauptverbrauch von, äh nein, ihr habt einen Tintenverbrauch von 100 Prozent und da kommen jetzt nochmal 25 drauf. So, das ist ja ganz gut. Eine kleine Fähigkeit gibt dann noch 8,3 Prozent dazu. Das heißt, ihr sind schon mal schwächer als die Hauptfähigkeiten. Das heißt, achtet schon mal auf die Hauptfähigkeiten, weil die können viel besser pushen als die kleinen Ringe. Und jetzt ist es nicht so, dass man denkt, wenn man jetzt auf der Mütze 25 Prozent dazu kriegt, dass man auch auf der Kleidung 25 Prozent dazu kriegt und auf den Schuhen ebenfalls, wenn man alle drei Felder mit Hauptverbrauch halt einnimmt. Das stimmt nämlich leider nicht. Es ist nämlich so, dass der Hauptverbrauch beim ersten Mal 25 Prozent gibt. Beim zweiten Mal gibt er nur noch 12 Prozent und beim dritten Mal ebenfalls nur noch 12 Prozent. So ist das auch in der unteren Spalte. Der erste kleine Effekt gibt 8,3 Prozent und die beiden anderen werden halbiert. So kann man auch seinen Inkling halt aufs Maximum ausarbeiten. Allerdings bringt es nicht viel, weil es ist besser, du hast halt in verschiedenen Gebieten deine Fähigkeiten. Es sei auch gesagt, dass nur der Hauptverbrauch und das Renntempo 25 Prozent geben, andere Effekte geben noch 50 Prozent, andere 10 und, und, und. Also das variiert von Fähigkeit zu Fähigkeit und ist nicht festgeschrieben. So, als nächstes dann die Fähigkeit ist auch noch von der Marke abhängig. Und zwar gibt es da bei jeder Marke eine Fähigkeit, die gar nicht drankommt und eine, die sehr häufig drankommen kann. Das kann sogar eine Wahrscheinlichkeit von fünffacher Wirkung haben. Also, nein, fünfmal häufiger kann eine Fähigkeit bei einer bestimmten Marke kommen und andere Fähigkeiten können sogar zum Beispiel gar nicht kommen. Nein, da ist auch eine Liste in der Videobeschreibung, wo genau draufsteht, welche Marken was für Fähigkeiten vertreten. So, dann haben wir so ziemlich alles durch. Jetzt noch vielleicht, was den S-Rangspieler vom normalen Spieler unterscheidet. Und das ist eigentlich ganz leicht erklärt. Die S-Rangspieler gehen meistens auf die Fähigkeiten und tragen sehr, sehr präzise, zusammengewürfelte Sachen wie das hier zum Beispiel. Eine Mütze mit der Rückkehr und dann dreimal diese kleine Zeit ist weniger beim Spawnen. Das ist zum Beispiel eine Mütze, die man im S-Rang sehen kann. Es muss nicht sein, aber es ist so. Und ich rate euch auch, levelt eure Hüte alle bis auf die maximale Stufe auf. Denn es gibt auch einen Mythos, der besagt, dass wenn man nur ein Feld hat, dass man dann auf diesem kleinen einen Feld mehr Plus macht, als mit drei kleinen. Aber das stimmt nicht. Nur, ja, ich weiß nicht, wo der Mythos herkommt, aber es stimmt nicht. So, Freunde, ja, den S-Rang, das ist der Unterschied zwischen den S-Rängen. Man levelt seine Kleidung präzise hoch, aber es sei gesagt, es ist nicht nur die Kleidung, die den Spieler ausmacht, weil es ist halt nur ein kleiner Push und ich kann euch auch nicht die perfekte Fähigkeit dazu geben. Es liegt an euch herauszufinden, wie euer Spielstil ist und was ihr damit bezwecken wollt. Im Operation Goldfisch rate ich euch zum Beispiel an, geht auf Lauf-Timebo oder schnell schwimmen. Das mache ich zum Beispiel. In der Herrschaft gehe ich. Früher bin ich immer auf die Fäuste gegangen, aber die Fäuste sind nochmal extra. Wenn euch das Dokument nicht helfen kann, dann fragt mich, ich kann noch ein extra Video dazu machen. Ich gehe heutzutage auf die Spezialladezeit, weil ich halt in den Zonen mit den Spezialfähigkeiten arbeite. Und auf dem Turm gehe ich meistens auf etwas verschiedenere Taktiken. Da habe ich halt hier die Tintentoleranz drin, schnell laufen. Und die Fähigkeit, warte, ich zeige euch sie gleich mal. Das ist allerdings keine spezielle Fähigkeit, die es nur auch bei Hüten gibt. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie denn? Wo mag diese? Ah, hier ist sie. Hier, Regeneration Plus. Weil wenn ihr auf dem Turm seid und sehr viel spritzt, also mit der Waffe halt umher spritzt, geht euch die Tinten leer. Und wenn ihr halt die Regeneration Plus habt, dann könnt ihr halt schneller aufladen, schneller reagieren. Das war's mit diesem Tutorial. Es sei noch am Rande gesagt, dass ich hierzu ein paar Recherchen auf Squidboards und Reddit gemacht habe. Und das sind meine letzten Erkenntnisse. Nicht alles muss stimmen, was gesagt ist. Aber zum größten Teil ist es so, wie man in Splatoon seine Fähigkeiten berechnen kann. Und wem das auf der Hand zu viel ist, kann ich jetzt noch eine App empfehlen. Und das ist die Splat App. Das ist eine App, die sehr interessant ist. Ihr bekommt immer mitgeteilt, wie die neuesten Stages und Kategorien aussehen. Ihr bekommt dort eure Stats, welche Waffe wie oft schon benutzt worden ist. Und, was sehr interessant ist, ihr habt da einen Stats Calculator. Das heißt, ihr könnt eure Kleidung festlegen. Ihr könnt vorplanen, wie das auf euren Inkling Auswirkungen hat. Es sei auch noch gesagt, dass, wie gesagt, da auch alle Inklinge 100% am Start haben. Und sobald ihr eine Fähigkeit draufhaut, verändert sich halt derjenige, der Stat, der halt die Fähigkeit bedient. Schaut euch das an. Es kann wirklich helfen. Ich gehe mittlerweile wirklich auf die Fähigkeiten, weil ich finde sie wirklich interessant. Besonders beim schnellen Laufen sieht man den Unterschied, wenn man drei schnelle Lauf-Ikone hat. Ihr seid dann definitiv sehr schnell unterwegs. Und ihr könnt jeden Stat maximal bis auf 150% hochleveln. Das sei noch gesagt. Es bringt euch bei manchen Fähigkeiten also nicht, 100.000 Effekte drauf zu hauen. Sondern, ja, schaut da mit der App, wie euch am besten geholfen wird. Freunde, das war mein kleines Tutorial-Video. Es ist ein bisschen schäbig geworden. Ich wollte eigentlich mit Einblendungen und so arbeiten, aber es geht nicht. Ihr merkt, ich bin noch immer ein bisschen krank. Und die Folge hier musste raus. Ich wollte sie eigentlich vor zwei Tagen produzieren. Habe sie jetzt heute produziert. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und, ja, wem ich noch nicht helfen kann oder konnte, der findet in der Videobeschreibung lauter Links zu verschiedenen, diversen Seiten, wo ihr Informationen sammeln könnt. Ich bin da mit draußen und bis zum nächsten Mal bei Splatoon S.